Das ist der Teil vier des Freundin fürs Leben Bartalks und das ist der Gesichtsgymnastik Teil bei mir immer noch Düzentekal. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe voll Angst vor diesem Ding. Voll Angst. Ist nicht so meins. Ja, also ich nenne dir einen Begriff und dann machst du ein Gesicht dazu. Okay. Biete mir was an, heißt es ja immer so. Oh Gott, es hat Gründe, warum ich keine Schauspielerin bin. Ja, ich ja auch nicht. Du hast mein komplettes Mitgefühl. Danke. Geht los. Neugierig. Ich weiß gar nicht, wie gucke ich denn, wenn ich neugierig bin? So. Ja. Hoffnungsvoll. Glücklich. Sehr glücklich. Wütend. Beseelt. Überfordert. Gestresst. Stolz. Zufrieden. Ängstlich. Deprimiert. Traurig. Schockiert. Verliebt. Verliebt. Das kann ich nicht. Das ist mir zu persönlich. Ja. Verletzt. Dann hast du es auch schon. Ja? Ja. War es das? Ja. Ah, super. Gar nicht so schlimm, oder? Naja, war schon so das Schwierigste jetzt für mich an dem ganzen Teil. Sagen viele. Ja, ne? Ja. Vielen Dank. Gern geschehen. Das mache ich nur für dich. Puh, weiß ich zu schätzen. Toll. Puh, weiß ich zu schätzen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020